Es ist schön, wieder zurück zu sein. Vor 18 Jahren waren Sie mit Ihrem Bruder da. Sie haben mich damals, ich würde mir nie aus dem Gedächtnis fallen, hochgehoben, wie andere Leute eine Tüte Chips halten würden. Jetzt sind Sie ohne Vitali da, aber mit Tatjana Kiel, die seit 14 Jahren mit Ihnen zusammenarbeite. Wir werden nachher auch noch erfahren, warum. Also diese Kombination mit Valentinstag hat nichts zu tun. Nein, nein, nein. Total gut, dass Sie das nochmal klarstellen. Nur Arbeitsverhältnisse. Um klarzustellen. Aber trotzdem, auch in einer Arbeitsbeziehung kann man einen Menschen sehr gut kennenlernen. Und lieben. Tatsächlich. Schön, dass Sie das sagen. Als Sie gesehen haben, wie der über seine Mutter gesprochen hat, da haben Sie so den Kopf geschüttelt. Warum? Nee, also natürlich erst mal, weil er so jung da aussieht und so jung ist. Und ich glaube, ja, das natürlich sowieso im Herzen und so weiter. Sorry. Aber also dieses Verhältnis zur Mutter, zum Vater damals auch, die habe ich nur einmal kurz kennengelernt, aber zur Mutter ist wirklich ganz, ganz speziell und ganz wunderbar anzusehen. Immer noch? Immer noch. Und der Papa ist inzwischen, das glaube ich, muss man erzählen, leider verstorben. Ihr Papa war abkommandiert sozusagen nach Tschernobyl. Haben Sie den Verdacht, dass er gestorben ist, wegen seines Einsatzes in Tschernobyl? Das ist Fakt. Wir haben kurz darüber gesprochen auch. Sie waren in Tschernobyl. Übrigens, es ist gar nicht so gefährlich, eigentlich als Tourismus erst mal in die Ukraine zu kommen. Nicht in dem Osten der Ukraine. Das muss ich auch erwähnen, leider. Das Land ist total spannend. Die Stadt Kiew ist unglaublich spannend und voller Leben. Und wunderschön. Ich muss auch sagen, die Geschichte ist auch über 1500 Jahre. Es ist viel zu sehen. Übrigens, wenn er nach Kiew kommen wollte, ich kenne so einen Bürgermeister da. Das ist nämlich sehr witzig. Wenn man aus dem Zughafen kommt, dann hängt da ein Riesenplakat. Und der Bürgermeister begrüßt einen auf diesem Stadt. Wir waren schon da. Ja, ja, und ich habe Tschernobyl besucht. Wir haben eine Reihe Anthropozäen im März, wo wir wieder Menschen die Erde verändert. Und die Ukraine und das Unglück von Tschernobyl, wo Wladimirs Vater ja auch im Einsatz war. Das ist eine so dramatische Geschichte. Und es ist noch heute so ergreifend, wenn man die Geisterstädte sieht. Also Pripyat, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, die komplett evakuiert wurde in drei Stunden. Da liegen heute noch die Puppen auf der Straße nach 30 Jahren, die die Kinder auf der Flucht weggeworfen haben. Und dein Vater war ja in dieser Gegend im Einsatz. Es ist grauenvoll, wie dort mit Menschen umgegangen worden ist nach dieser Katastrophe. Und man kann es auch besuchen. Sie waren da, ich war auch da. Und wirklich, da kann jeder hier einiges lernen über Radioaktivität, über Atomkraftwerken. Man versteht es besser, wenn man da drüben ist. Und wenn man wirklich liest die Geschichten, hört die Geschichten, sieht die Geschichten. Es ist nicht das Gleiche, wenn man selbst da präsent ist. Man versteht, wie eigentlich das gefährlich sein kann. Trotz dieser, dass Atomenergie wahrscheinlich eine der saubesten, was wir auf dieser Erde haben. Aber auch eine der gefährlichsten, weil wenn es falsch geht und läuft, dann läuft es falsch für die nächsten tausend Jahre. Noch einmal, Ukraine hat zwar Tschernobyl als auch die Katastrophe, was nicht so ganz positiv dazusteht. Aber das Land, die Stadt, die Menschen sind wunderschön. Deswegen herzlich willkommen. Wir werden definitiv viel dazulernen. So wie ich gerade in der Sendung. Und ich habe gedacht, wie schön ist mein Gehirn geworden, durch die ganze Information, was ich geteilt habe. Ich habe es wirklich aufgenommen. Aber Judith, Ukraine, ihr beiden, oder? Wolltest du noch reisen? Nein, wir waren zusammen in der Antarktis. Nein, aber sie wollten noch reisen. Ich sage mal, egal, wo Wladimir hingeht, ich würde mitkommen. Das passt doch, das passt doch wunderbar. Weil Tatjana hat gerade und Wladimir das bestätigt. Also heute kann ich dafür das sagen. Hinter meinem Rücken werden hier Liebeserklärungen abgegeben. Ja, du wolltest ja nicht. Stimmt, stimmt. Stimmt, sofort bestraft. Wladimir hat gerade gesagt, man kann einen Menschen nicht nur sehr gut kennenlernen, sondern auch lieben lernen, wenn man eine Arbeitsbeziehung hat. Wenn Sie sagen sollten, das ist eine herausragende Eigenschaft, das, was Sie an ihm schätzen und lieben gelernt haben. Was ist das? Das ist die Fähigkeit, jemanden sofort zu analysieren, aber nicht zu analysieren, um rauszufinden, was gut oder was schlecht ist, sondern sofort zu verstehen, was dieser Mensch extrem gut kann und ihn dafür einzusetzen und dafür zu nutzen, nicht auszunutzen, sondern wirklich dieses ganz Besondere rauszuarbeiten und den dann erblühen zu lassen. Ist das Menschenkenntnis oder geht das drüber hinaus? Also es ist ganz viel Menschenkenntnis. Ich glaube schon, diese Stairdown-Situation, wir machen das manchmal in unseren Camps, so als Übung, wenn man sich so face-to-face gegenübersteht und ja auch irgendwie gefühlt hat. Sagen Sie doch mal, wie der Ausdruck ist. Stairdown. Kurz vor einem Kampf, bei dem offiziellen Wiegen ist das ja, da ist ja so die Nasenspitze zu Nasenspitze vielleicht so ein Zentimeter voneinander entfernt. Da kann man lernen, einfach zuzumachen. Das musste ich auch lernen, das habe ich gesehen und ich lerne und sehe, wenn er aufmacht. Und das ist, das muss man lernen, das ist reiner Selbstschutz, würde ich vermuten. Und davon aber zu profitieren und das irgendwie auch wirklich einzusetzen, aber nur dann, wenn der Gegenüber es auch zulässt, das ist für mich die größte Stärke, die er hat. Das ist interessant, weil man sieht das kurz vor dem Boxkampf und denkt immer, das ist Show, aber gelingt es wirklich, einen Einblick zu bekommen in einen Menschen, wenn sie ihm so nahe kommen, Nase an Nase, Vladimir. Haben Sie schon mal gehört, dass die Augen sind der Spiegel der Seele? Ja. Oft man sagt das auch an Walddienstag. Ja. Aber im Grunde genommen, man kann das auch im Leben übertragen, weil wir haben alle gewissen Stempel im Gesicht und Augen strahlen das auch. Was man beruflich macht oder gemacht hat, seit Jahrzehnten, das ist alles irgendwie an dem Gang. Gesichtsausdrücke, die Sprache, wie man das verwendet, auch die Sprache. Also man analysiert und scannt halt Gesamtbild. Und man kriegt dann natürlich wahnsinnig viel mit. Ich habe das im Sport gelernt, weil im Sport ist es sehr intensiv, wenn du deinen zukünftigen Gegner analysierst und du hast seit Wochen den einstudiert und gesehen hast. Du weißt schon genau und analysierst du die Menschen, die rum um ihn sind. Wer sind die? Was reden die ein? Wie bereitet sie sich vor? Und am Ende des Tages, bei diesem Stairdown, kurz vor dem Kampf, du ahnst schon, was auf dich zukommen wird. Wer von dir steht als Person? Im Guten und im Schlechten ahnt man auch, dass man manchmal in einer Niederlage entgegen geht. Wer kämpft in dem Moment? Ich habe nie verstanden. Bei dieser Begegnung, in der engen Begegnung. Hat man damals auch schon das Gefühl, das geht schief heute? Nein, das Gefühl hat man, ich habe das Gefühl nie gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich in Wien werde. Statistik spricht ja auch für Sie. Ich werde auch gewisse Misserfolge haben, weil ich bleibe nicht stehen, ich probiere viel aus, ich versuche nach dem Nord- oder Südpol zu kommen. Also ich bin ständig in Bewegung und ich mag gerne Herausforderungen. Ich mag gerne, dass ich einmal am Tag ein bisschen von Adrenalin was mitkriege. Und das heißt nicht unbedingt, irgendwie extrem Sportler zu sein. Nein, es kann auch was anderes sein. Deswegen glaube ich schon, wenn ich Adrenalin im Blut gehabt habe, dann habe ich diesen Tag nicht verloren. Dann habe ich was dazu gelernt. Eine Herausforderung gehabt, aus dem Komfortzone rausgekommen. Das würde mich interessieren, weil Sie das ja sehr nah beobachtet haben. Vor zweieinhalb Jahren hat er entschieden aufzuhören. Haben Sie das Gefühl gehabt, er ist auf Entzug stellenweise, gerade was Adrenalin anbelangt? Zu dem Zeitpunkt, als er sich entscheiden musste? Nein, gar nicht. Und danach? Ja. Entzug? Nein, also ich glaube, er hat ganz viel ganz, ganz richtig gemacht. Er hat sich ja vor acht oder neun Jahren das erste Mal dazu geäußert, dass die Karriere nach der Karriere und dass die Karriere, die er jetzt hat, also damals hatte, endlich ist und dass es eine zweite Bühne geben muss. Und ich musste ihn dahingehend erstmal enttäuschen zu sagen, eine zweite Bühne, die so groß ist, wird es faktisch so nicht mehr geben. Also von dem einen auf den anderen Tag, das und das, die Diskussion hatten wir ja viel. Ja, wir arbeiten dran. Ja, das auch. Aber wir arbeiten dran und natürlich ist es, also wenn so viele Menschen zugucken und man das auch so gut kennt, wir hatten die Diskussion, weil ich schon zwischendurch gefragt habe, warum fällt es dir so schwer, diesen Stecker zu ziehen? Also nur die Entscheidung zu treffen, selbst ja auch für die. Diese 100 Tage nach der Niederlage oder schon davor? Nee, 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 davor habe ich das nie bewertet. Ich habe es auch da nie bewertet, sondern ich habe immer nur gesagt, tu das, was für dich sich gut anfühlt. Wer bin ich, das zu beurteilen, ob du weitermachen sollst oder nicht? Ich unterstütze dich in allem, was du davor hast, auch wenn das tatsächlich, wenn es ein Comeback gegeben hätte, also wenn er das, nicht Comeback, Entschuldigung, wenn das der Rückgang stattgeführt. Liebe das Wort, kann ich das nochmal hören? Nee, nein. Auf keinen Fall. Also wenn das Rematch stattgefunden hätte, da hätte ich, und das habe ich auch ganz klar formuliert, hätte ich schon, also ich würde die Arschbacken zusammenkneifen, habe ich glaube ich gesagt, ich würde es für dich machen, aber es wäre für mich schon auch echt ein harter Weg gewesen. Und diese Frage war aber, warum fällt es dir so schwer? Aber er hat doch gerade gesagt, außer wenn ich zurückkomme, ist das eine Überlegung, die noch eine Rolle spielt in Ihrem Leben? Jeden Morgen spielt es eine Rolle für mich. Ich lübe mir an, dass ich zurück werde, kommen werde. Und das ist eine Länge, die eigentlich jeden spielen kann, weil es hält mich fit. Ich trainiere jeden Tag. Und ich denke, dass ich zurückkommen werde. Ich werde nie zurückkommen. Ich werde nicht zurückkommen, um den Kiefer zu brechen, aber um einen Rekord zu brechen. Welchen? Das wäre schon was. Welchen Rekord? Also ich bin ein Lügner jetzt gerade. Also bitte nicht genau das so kaufen, wie ich das gerade verkaufe. Aber George Foreman ist mit 45 Jahren Weltmeister geworden. Und ich denke, das sind noch eineinhalb Jahre. Ja genau. Sie haben gesagt, Sie würden die Kobacken zusammengreifen, aber wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass er zurückkommt? Das ist gar kein Thema. Wir brauchen nicht dringend. Nee, überhaupt nicht. Nee, das ist tatsächlich im Moment überhaupt gar kein Thema, weil wir so viele andere Dinge haben. Das war heute auch schon wieder irgendwie relativ hektisch, wenn man das so sagen kann. Also ich möchte aber noch einmal ganz kurz beantworten, warum es ihm so schwer gefallen ist, den Stecker zu ziehen, weil das für mich ein absoluter Aha-Moment war. Und ich gefragt habe, warum ist es dir so schwer gefallen? Und du warst relativ genervt, gebe ich zu, und dann diskutiert man ja nicht so wahnsinnig gerne mit dir. Ja, aber du kannst auch böse gucken, das weißt du ja schon. Aber ich glaube, wenn er genervt ist, merkt man das sehr stark. Ja, auch wenn er gelangweilt ist, merkt man das sehr stark. Das ist auch relativ selten. Aber dann hat er gesagt, guck mal, das ist so, als würde ich dir den Computer wegnehmen und du dürftest nicht einmal mehr eine E-Mail ab morgen schreiben, sondern du müsstest einen komplett neuen Beruf lernen. Das habe ich 27 Jahre professionell gemacht, davor schon irgendwie über 30 Jahre. Ich kann das. Ich weiß, wie das geht und ich möchte das eigentlich weitermachen. Es ist total schwer, dieses Feld zu wechseln und das nicht mehr machen zu dürfen, weil ich mich da so auskenne. Ab heute dürfen Sie nicht mehr diese Sendung führen. Das ist, ich würde sofort in die Weser springen. Sofort in die Weser springen. Kann ich mehr Schauspieler werden und mache dann nur Masterclass. Das war's. Nichts mehr die Schauspieler an. Ich glaube, das Feld war sehr schwer. Das ist doch klar. Gerade bei Sportlern, bei Spitzensportlern, die verhältnismäßig früh ja aufhören müssen mit dem, was sie gemacht haben, was sie groß gemacht haben, die stehen permanent im Rampenlicht, haben eine unglaubliche, ein unglaubliches Feedback. So ein Boxer, du musst dir mal vorstellen, du boxst in Madison Square gerade, was das für ein Gefühl ist und was Weltmeister. Und das auf einmal ist dann gar nichts mehr. Du sitzt allein in deinem Zimmer. Das ist ein Quantensprung. Das ist wahnsinnig schwer. Also ich habe gerade gesagt, Sie waren in besseren, also in schlechteren Form als Heine in dem Sinne, weil er hat was anderes parallel aufgebaut. Also Karriere nach der Karriere. Er kann sich freuen dann, also wenn ich nicht mehr Schauspieler bin, dann bin ich halt der Meister im Masterclass. Meet your master. Sorry. Entschuldige. Genau so. Jetzt haben wir es untergebracht, dreimal schon. Und dann kann er positiv auf die nächste Karriere schauen. in dem Sinne, wo ich Sie als Beispiel genannt habe. Jetzt dürfen Sie nicht mehr. Und manchmal, durch gesundheitliche Gründen oder anderen Menschen, also gewisse Anflüsse, können Sie einfach das nicht mehr tun. Was machen Sie dann? Und da sind viele Menschen und wahrscheinlich auch jetzt gerade in dieser Runde oder im Fernsehen die Leute anschauen und sagen, hm, ich bin gerade in dieser Situation oder ich war mal und es ist ganz gut, während deiner ersten Karriere oder deiner zweiten Karriere vorbereiten und aufbauen. Deswegen habe ich Tatjana angesprochen, damals, 2012 so ungefähr. Ich habe gesagt, ich laufe nach vorne und ich brauche, ich habe das genannt, einen Backup-Office. Also ich brauche, meine Expertise, meine Erfahrungen sammeln, weil ansonsten wird es mit mir passieren, genauso wie mit Emanuel Stewart. Mein Coach, der 2012, und das war der Auslöser, ist verstorben. Plötzlich, er hat Krebs gehabt und das war ganz schnell. Er hat nicht geschafft, seine Expertise, die er in 67 Jahren gesammelt hat, weiterzugeben. Außer nur, also keine Broschüre, kein Buch, keine Methode, außer nur die Sporte, mit denen er gearbeitet hat, haben das in sich getragen. Also ich träge noch seine Weisheiten, seine Methode in mir auch. Aber in einer Form, wenn ich dann weg bin, wer trägt das dann weiter? Vielleicht können wir das ein bisschen erläutern, das ist auch der Grund, warum Sie heute zusammen sind. Sie haben zusammen ein Unternehmen aufgebaut, eine Agentur, über die man Wladimir Klitschko buchen kann. Würden Sie sagen, ist es eine Art Motivationstraining, was er geben kann oder ist es ein Vortrag, der Menschen weiterbringen soll? Was machen Sie zusammen? Man kann dich nicht buchen. Man kann mich nicht buchen. Das stimmt. Das wollte er nicht. Auch heute, ich habe mich gebucht bei Ihnen. Wir haben gebeten. Und nicht umgekehrt, weil nur bei dieser Sendung zu sein und das Wissen noch zu kriegen, ich bin auch gespannt auf den nächsten kommenden Partner in diesem Gespräch, um mehr zu erfahren. aber es ist wirklich vom Image-Transfer auf Expertise-Transfer zu kommen. Das verstehe ich. Das ist genau wichtig für uns gewesen. Also Image-Transfer zum Beispiel, das Moneymaker, mein Gesicht, mit dem Glas und dem Wasser. Und mit dem schönen Logo drauf. oft gemacht habe, also Werbung in dem Sinne, Umgangssprache und einfach Werbung. Image-Transfer. Kauf das, weil ich sage dir, es ist gut. Expertise-Transfer. Ich habe Expertise und deswegen habe ich gesagt, dass Emmanuel Stewart in dem Sinne von RSNPs nicht geschafft, seine Expertise weiterzugeben. Diesen Transfer hat er leider nie geschafft durch diese Umstände, was wir im Leben oft haben. Mein Ziel gewesen, diese Erfahrungen sammeln und heutzutage ich bin wahnsinnig froh. Ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich seit fünf Jahren teile meine Expertise in einem CS-zertifizierten Studiengang an Uni St. Gallen und das auch heißt Challenge-Management, Change-Innovation-Management und Self-Management. Also Selbstmanagement, die Sportler, glaube ich, sind die besten Selbstmanager beruflich gesehen, was es auf dieser Welt gibt. Was uns fehlt, ist nur das Wissen, aber wir wissen schon, wie wir uns selbstmanagen. Jetzt habe ich in etwa eine Vorstellung, was Sie zusammen machen. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal zu dem Anfang zurückkommen, den ich auch besprochen habe mit Viktoria, als wir vorhin gesprochen haben. Was war das erste, vielleicht für Sie auch wichtigste Wort, das Sie gelernt haben oder das Sie gebraucht haben, als Sie nach Deutschland kamen? Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, das ist richtig ein schweres Wort, mit Umlaut und so weiter. Ich meine, das war ein schweres Wort in Umsetzung. und dann, in einer Kombination, ja, und dann Fritz Dunek, unser damaliger Coach, auch Rissenpist leider, hat uns das beigebracht. Also, statt um fünf Uhr nachmittags bei dem Training zu sein, waren wir dann um sechs Uhr mit Vitali. also das heißt, wir haben seine Zeit geklaut. Deswegen hat er uns das beigebracht, mit Konsequenzen, dass wir dann Liegestützen gemacht haben, Squats oder mehrere Runden, dann mehr Runden gearbeitet haben, als Strafe und Bestrafung. und wenn du die Konsequenzen kennst, wenn ich zu spät zu dieser Sendung gekommen wäre, dann hätte ich nicht hier gesessen. So, Konsequenzen sind ganz wichtig zu wissen. Und wenn die sehr schmerzhaft sind, dann machst du schon ganz klar, dass du Punktlich bist. Das ist Punktlich. Sie haben jetzt eine fünfjährige Tochter. In welcher Sprache sprechen Sie mit ihr? Es ist gemischt zwischen Russisch und Englisch. Weil sie in Russland lebt. Russisch dominiert. Russisch dominiert. Sie spricht ukrainisch und sie versteht Deutsch, weil unsere Tochter sind befreundet. Also, Tatianas Tochter fließend in Deutsch und Französisch. Genau. Genau. Und meine Tochter in dem Sinne dann Russisch und Englisch, aber die kommunizieren sich ständig. Die haben keine gemeinsame Sprache, aber verstehen sich blind. Irgendwie so eine Mischmasch zwischen allem. Und gibt es ein Wort Ihrer Tochter, das sie Ihnen beigebracht hat? Ja, sie war mal in der Kita und dann kam sie nach Hause und sie sagte, ja irgendwas, lass uns dann irgendwie schaukeln gehen oder zum Schaukeln gehen. Bitte, was hast du gesagt? Schaukeln. Schaukeln? Dann habe ich nicht mal Zeit gehabt, nochmal das im Google zu checken, aber beim nächsten Mal, weil wir haben dann wieder über was anderes gesprochen und gemacht und dann beim nächsten Mal bei der Lehrerin ich habe gefragt, Nikita, ich habe gesagt, zwischendurch, entschuldigen Sie, was ist schaukeln? Ich habe schon gutes Verkabel, aber das Wort habe ich nie benutzt oder nie gehört. Es war nicht in meinem irgendwie Zusammenhang mit dem, was ich tue in meinem Leben und dann sie sagte, äh, wirklich? Ja, also, jetzt weiß ich Bescheid. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder ein Gespräch zusammen schaukeln, aber lassen Sie uns nicht wieder 18 Jahre warten, weil ich weiß dann nicht, in welchem Zustand Heiner Lauterbach und ich sein werden. Deshalb kommen Sie bitte früher zurück. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.